Ah, die Handschuhe, die kaufen wir auf jeden Fall mal. Wurfball, Streitachst. Hier der Bade hat er leider keine. Auch wenn wir mit der Platte des Winterkönigs was anfangen könnten. Eigentlich eher nicht. Und der Feldharnisch wahrscheinlich eher auch nicht. Okay. Nehmen wir mal das Schild nach da oben. Träger kann die Handschuhe der Tapferkeit inwohnenden Kräfte dreimal am Tag hervorrufen. Du trägst bereits Handschuhe, du auch. Naja gut, geben wir sie mal mir. Also Benno hier. Teilen die konzentrierten Heiltränke auf. Auch wenn wir bis jetzt immer durchgekommen sind, ohne welche zu brauchen. Gut. Machen wir hier nochmal einen Quicksave. Immer bereit. Ich übernehme hier jetzt die... Ich pass mal auf. Ah, ich kann euch herumtrappeln hören wie ein Riese in einer Höhle voller Eiszapfen. Fremder, was ist denn jetzt? Was ist mit unseren Augen passiert? Ich bin der Seherin über den Geh gelaufen und hab's überlebt. Meine Augen allerdings nicht. Was ist passiert? Sie hat mich erwischt, wie ich mich im Finsterfrost rumgedrückt hab. Als ich sie sah, war es, als wäre ich steif gefroren. Und das Letzte, was ich vor der Welt sah, war ihr Dolch, mit dem sie mir die Augen ausstach. Warum hat sie das getan? Fürchtete, ich würde zu meinem Clan zurückkehren und erzählen, dass ich sie im Finsterfrost gesehen habe. Wollte nicht, dass ich meine Brüder herbringe oder sonst jemanden. Äh, ja, wir werden dafür sorgen, dass ihr für ihr Verbrechen bezahlt. Ja, nein. Was wolltet ihr im Finsterfrost? Das hatten wir auch gefragt schon. Ja. Ihr schmiedet also Waffen aus Eis. Könnt ihr auch eine Rose machen? Ja, vielleicht, wozu braucht ihr so etwas? Ich kenne einen Mann, der sein Leben lang nach einer gesucht hat. Ja, es hat ihn ruiniert. Vielleicht ist es noch nicht zu spät und er kann noch eine finden und damit auch sein Leben wieder gewinnen. Hm, wird schwierig werden. Ist eine Herausforderung und davor drücke ich mich nicht. Gebt mir mal den kleinen Eisbruch von der Bank und führt meine Hände mit euren Augen. Also gut. Hm, wusste nicht, dass ich sowas kann. Na bitte, wie sieht sie aus? Sie ist wunderschön. Als wäre sie aus Eis gewachsen, während ihr sie geschnitzt habt. Ja, ja, also darf sonst noch etwas sein. Gehört dieser Verbeutelschild euch? Ich kann es nicht sehen. Lasst mich mal halten. Hä? Hatte ich schon fast vergessen, das kleine Ding. Aber der Zauber ist fast eingeschlafen. Mal sehen, ob ich ihn wieder wecken kann. Okay. Na, also, atme ich jetzt so gleichmäßig wie Schnee. Sollt ihr euch keine Probleme mehr machen. Fein, ich werde bald Gelegenheit haben, ihn auszuprobieren. Wartet, ihr habt noch eines meiner Stücke, das Schwert, das ihr tragt. Das da, das, das aussieht, als wäre es aus dem Dilleseersee gezogen worden. Woher habt ihr das? Aionens Klinge, die habe ich von einem Fischer in Osthafen. Ja, und das ist eine der Hauptgründe, warum ich, ähm, meinen Spielstand importiert habe und nicht übers Hauptspiel ins Eddon gegangen bin, weil ich sonst die Klinge nicht hätte. Denn jetzt macht er mir daraus die stärkste Waffe im Spiel, soweit ich es in Erinnerung habe. Sie war nicht für euch bestimmt. Ganz und gar nicht. Muss ein schöner Idiot gewesen sein, der sie euch gegeben habt. Ist ja total verstimmt. Singt? Habt ihr dieses Schwert gemacht? Vielleicht ja, vor langer Zeit. Für einen armen Nahen, der dachte, er wird ganz verruhen auf seinen Schultern tragen. Paar, das Gehäule von dem Verdammten drin springt einem ja das Trommelfeld. Gibt hier, äh, na gut. Verdammtes Metall, mich verfluchen, was? Ich zeige dir, wo es lang geht. Nicht meine Schuld, dass dein Meister ein dreimal verdammter Idiot war. Nicht meine Schuld, dass er gestorben ist. Halt, steht, du blöge Klinge. Tiernorm, was macht ihr? Oh, nur einen Moment. Und er streitet sich mit dem Schwert. Gut zu wissen. Das war das letzte Mal, dass ich in der Klinge das Temperament einer Frau gegeben habe. Hier, das Mädel ist wieder in Ordnung. Brauchte nur eine tröstende Hand, die die rauen Kanten glättet. Behaltet sie in eurer Nähe und sie wird gut auf euch aufpassen. Danke Tiernorm. Ich werde die Klinge in Ehren halten. Das fürchte ich ja gerade, Fremder. Das ist, das hat, hat ihr letzter Besitzer auch getan. Geht jetzt lieber. Mein Kopf muss voller Stroh sein, dass ich hierher gekommen bin. Äh, was macht ihr? Das soll eine gute Waffe geben. Eis scheint mir ein bisschen zerbrechlich. Eis, Eis. Da, 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 da. Was habt ihr denn schon geschmieden? Ja, ja, so kann ich das machen. Es ist mein eiseres Schicksal, Fremder. Ohne meine Augen kann ich mein Werk nicht richtig sehen. Also werke ich hier mit meinen beiden Händen und habe nichts zu verarbeiten. Ich kann eure Händen führen, wenn ihr wollt. Paar, ihr wisst ja nicht, was ihr sagt. Wenn ihr dabei wärt, würde auch ein Teil von euch in das gute Stück mit eingehen. Und das wäre erst mal was. Ich bin bereit, es zu riskieren, wenn ihr es auch seid. Möchtet ihr den Ruf lieber ignorieren und warten, bis ihr hinter der Zeit zurückbleibt? Ich bin bereit, es zu riskieren. Hm. Also, ach was, los fangen wir an. So reden wir hier noch. Liebt uns hier noch den Mundfuß nicht. Also gut, was sollen wir tun? Und hier kommt das Wichtigste. Meine Hände werden dem Eis die Gestalt geben, die ihr euch in eurem Schädel ausmalt. Also schießt die Augen und hört auf, das Eis um euch herum. Was seht ihr, wenn das schwarze Eis auf euch einspricht? Ein Hammer, ein gewaltiges Schwert, eine Klinge wie ein Eiszapfen. Äh. Ich sehe, wie das Eis seine schwarzen Finger langsam zu einer Faust streckt. Und jedes Wesen zerschmettert, dass es berührt. Äh, eine kleinen, einen kleinen schwarzen Dolch, eine Eissäule, massiv wie eine Hellebade. Sie scheint zu sprechen, so als würde sie versuchen, dem Finsterforst seine Stimme zu verleihen. Ja, eure Augen sehen die wahre Gestalt des Finsterforstes. Also verlieren wir keine Zeit. Hol mir die Werkzeuge vom Tisch und dann fangen wir an. Also, wir machen jetzt eine neue Hellebade für Hagrim, weil auch Hagrim ihm beim Schmieden hilft. Und ich hab's noch so in Erinnerung, dass es besser ist, wenn man das mit einem Zwerg macht. Deswegen hab ich Hagrim sicherheitshalber auch zum Anführer mal kurzzeitig gemacht, weil ich nicht wusste, ob das... ...was ausmacht oder... ...ähm, ob's reicht, mit ihm zu reden. Aber sicher ist sicher. Deswegen und weil Hagrim halt auch mal eine neue Hellebade gebrauchen kann. Weil Klingen brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Also schmieden wir das Meisterwerk. Beim Uradims Atem ist es vollbracht. Und was für ein Meisterwerk. Ich bin stolz auf euch. Kannst von hier nach... ...hier aus nach... ...seinem Meister heulen hören. Nehmt's, mein Freund. Es gehört jetzt euch. Äh, wollt ihr es denn nicht? Damit sie dieser gottverlassenen Gäscher liegen kann, bei einem Zwerg, der zu alt ist, um es zu benutzen. Ne, nehmt es. Also gut. Verwendet es mit Umsicht, mein Freund. Ich werde mich jetzt hinlegen. Die Arbeit hat mich ziemlich angestrengt. Na schön, erhöht euch gut, Tier... 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 Tiernon. So, dann können wir die beiden wieder... ...die beiden wieder tauschen. So, wir haben erst mal Aionens singende Klinge. Äh... Nachfahren des tapferen Kämpfers zurückgegeben zu werden. Die Klinge scheint ihre Kraft aus dem Dünnis der See selbst zu ziehen. Solange der Träger sich innerhalb eines Drachenflugs vom See aufhält, was nach Maßstäben der meisten Rassen eine bachliske Distanz ist, ist die Klinge eine furchterregende Waffe. Der Zwergenschmied Tiernon hat die Klinge besänftigt. Erscheinend war er auch derjenige, der sie schmiedete. Seine Fähigkeiten haben einige der ursprünglichen Kräfte der Klinge wieder erweckt, die sie verloren hatte, als sie dazu verwendet wurde, Ikasarach zu töten. Ja, 1W8 plus 1, plus 5 innerhalb der Drachenflugweite vom Dinniseer See. Also, was jetzt auch immer noch gilt. ETW-Bonus von minus 5 innerhalb der Drachenflugweite, sonst minus 1. Kältewiderstand, Feuerwiderstand. Dreimal täglich kritische Wunden heilen. Dreimal täglich Stärke. Plus 10 Lebenspunkte. Hier, und das ist deine... Zweitklinge. Also, da wir die 10 Lebenspunkte kriegen... Oh, mit der Klinge kriegen wir... Achso, Rüstungsklasse-Bonus. Statt Blitz halt. Wobei Blitz halt halt mehr Damage macht. So, machen wir mal die Reihenfolge. Und das ist der Spiegel. Die Eishose. Die Elebarde zum Identifizieren. Das ist ein... Schild. Mit 3 Rüstung. Resistenz gegen alle physischen Angriffe. Rüstungsklasse-Bonus. Einmal täglich. Okay. Einmal täglich unerschöpfliches Durchhaltevermögen. Das ist die Frage. Du bist ein... Kleiner Schild. Also, du bist auf jeden Fall schlechter als der Schild. Und du wirst auch schlechter als der Schild. Also bist du eigentlich... Auch nur... Eigentlich auch nur... Erinnerungsstück. So. Zunge des Finsterforstes. Diese Waffe haben eure eigenen Hände unter Anleitung des Zwergens Thirnorn gefertigt. Diese Klinge ist aus Eis von den Wänden des Finsterforstes geschmiedet und vereint nur ein Teil des Gletschers, sowie ein Teil eurer Kraft in sich, was sie zu einer gewaltigen Waffe macht. Obwohl die Waffe aus Eis besteht, fühlt sie sich nur leicht kalt an und schmilzt selbst dann nicht, wenn sie in den heißen Flammen ausgesetzt ist. Ist die Plusvierer Waffe. Hat Schadensresistenz gegen Feuer, gegen Kälte, einmal täglich Sturmschutzhülle und eine dreiprozentige Wahrscheinlichkeit, Kältekegel auf das Ziel anzuwenden. Also ja, ist eigentlich auch eine Plusvierer Waffe wie das lange Beil. So. Aber durch die Spezialeffekte ist es besser. Und sieht cool aus. Na, das ist eins zu viel gewesen. Ich weiß nicht, ich hätte schwören können, dass ich mal was getragen habe, was mir Stärke bringt. Aber jetzt habe ich es wohl irgendwie nicht mehr. So, dieser Spiegel ist aus schwarzem Eis und hat einen unvergänglichen, ungleichmäßigen Rand. Er ist scheinbar durch das Spiegelbild von Personen, die hineinschauen, ist verzerrt. Machen wir mal ein Quicksave, dass wir das nicht nochmal machen müssen, falls wir jetzt gleich Probleme kriegen. Wobei, hier ist ja der Kartenübergang schon. Also, wir haben den Teil des Finsterforstes auch hinter uns. Vorwärts!